Oh yeah! Oh, die sind super, einfach umzuklatschen! Es ist so gut! Es ist so verdammt gut, dass man sie einfach umklatschen kann. Ich hoffe mal, ich habe den letzten Part einigermaßen gut geschnitten bekommen, weil der war echt ein bisschen nicht so toll zu schneiden und so weiter. Nehmen wir an, auch aufzunehmen, weil irgendwo ein bisschen merkwürdig. Aber wir haben endlich den Weg gefunden. Wir wissen, wo wir hin müssen. Wir wissen, was wir machen können. Und wir wissen, wir können Montys umhauen. Richtige Montys! Kein Papier-Montys! Richtige Montys! Hab dich! Du wolltest echt Luigi angreifen. Nein! Au! Er hat Luigi angegriffen. Gemeinheit! Buh! Buh, sag ich! So was Fieses kann auch nur von einem Monty kommen! Jawoll! Warte, welches Level haben die eigentlich? 28! Oh, gut, geht ja sogar! Ja, heute werden wir mal schauen, wie weit wir kommen hier im Zillichtforst. Ich hoffe einigermaßen weit, denn wäre doof, wenn nicht. Weil, ich nehme mal stark an, wir könnten relativ weit kommen. So, das ist immer da! Komm mal da! Komm mal da! Denn nach dem letzten Part hoffe ich zumindest, zumindest ein bisschen, dass wir weit kommen. So einigermaßen. Oh! Eieieieiei! Schöner Crit! Hehehe! Ah, kriegen wir fast ein Level ab für Luigi schon! Gut! Ähm, ja! Nur was genau würdest du erwarten, bis wir dich vorst... Ich hab keinen Schimmer! Schau mal! Ich denke, irgendwas mit Spinnen eventuell. Hmhm. Ah. Oh. König Buhu? Oh, no! Ha! Ich glaube, wir haben gerade den Anfang zu... Luigi's Mansion 3 gefunden. Ah! Auch nicht schlecht! Autsch! Glitzer Stern bist du das? Oh, Luigi kann gar nicht mehr laufen! Alter! Rauf! Gefälligst! Dass sich die... Dingens... Die Flapflap verbündet haben mit den... Buhu ist merkwürdig, so. Ich will mal jemand hier raus! Oder was bist du? Oh! Oh! Ah... Oh, ne Pflanze! Ja! Buhuah! Pah! Ich hab Plätter im Mund! Ah, Luigi! Schön, dass es dir... ...gut geht! Luigi! Ich verstehe, dass du Angst hast. Sonst sind ja gleich zwei Marius bei dir. Aber jetzt bist du ganz allein gestrandet in einem Wald mit lauter Geistern. Oh, das ist so gemein. Gut, ich sollte vielleicht noch einmal üben, wie man Leuten zum Mut zuspricht. Hör mal zu, Luigi. Du schaffst das. Ich weiß, dass du beide Marius retten kannst. Ich meine, komm schon, du bist dieses Luigi. Du bist groß, so groß. Du hast einen tollen Bart, der angeklebt ist. Sie haben sogar ein ganzes Jahr nach dir benannt. Oh mein Gott, sie haben wirklich eine Anspielung auf das Jahr des Luigi gemacht. Wow. Also, das ist... Ha. Okay, das ist total die vierte Wand gebrochen, aber voll gut. Wow. Also, zeig's Ihnen, Luigi. Sie ist einfach so. Jetzt sind wir mitten im großen Luigi-Spiel mit dir als Erhild. Nein. Oh nein. Oh, das hat geklappt. Sagt bloß. Gut, so ist's recht. So ist's recht. Ja, so ist's recht, Luigi. Ja. Ja. Klappt, klappt's. Und er hat wieder Panik in der Hose. Naja, herrlich. Zurück kommen wir nur, wenn wir die Klappe aufmachen. Ah, wir können hier zwei Klappen öffnen. Immer nach da unten und einmal nach links da unten. Dann können wir ins Toddorf jederzeit zurückkehren. Oh mein Gott, muss es sein, dass es so langsam läuft. Komm schon, Luigi. Wie säg' das Menü gerade aus? Wo Mario jetzt gerade nicht da ist. Statusmäßig, meine ich. Ich kann sie mir noch anschauen. Cool. Hehe. Interessant. Komm schon, Luigi. Du kannst das. Du kannst das. Du kannst das. Komm schon, Luigi. Du kannst das. Es ist doch ganz leicht hier. Spring gegen den Block. Der da oben auf die Fahrt hat. Dank. 50 Münzen. Okay, wir kommen jetzt nicht nach dem Norden. Wir müssen also wirklich nach da hinten. Eine reine Passage mit nur Luigi. Das könnte interessant werden. Wenn er nicht so verdammt ängstlich wäre, mal laufen würde. Oh, Backe. Oh. Es ist wirklich Luigi's Mansion. Hehe. Au. Aua, Aua. Flapflaps. Also ich kann einfach hier durchlaufen. Oh. Okay. Ich muss an den ganzen Buchus. Aber herrlich. Über die ganze Flammen springen. Mich nicht erwischen lassen. Ja. Okay. Also da, wo das Licht an ist, da sind sie. Da, wo sie nicht sind, sind sie nicht. Hehe. Okay. Weitere Flapflaps. Natürlich. Gut. Na, was denn jetzt schon wieder? Wo wollte ich mich denn durchführen? Sprinkel, Sprinkel. Die sind auf der linken Seite. Haha. Die sind auf der linken Seite. Ja, ja. Gut. Mal durchgelaufen. Hm. Dass der überhaupt hier ist, der, also der König Buhu. Bisschen sehr interessant. Und alle Buhu sind weg. Hm. Das sind wirklich die kompletten alten, also wirklich so richtig alte Charaktere mit reingepackt in das Spiel. Das ist sehr cool. Aber König Buhu? Heilige Schande. ach komm schon noch einmal ja das ist ziemlich weit zwei minuten zeit da hinzukommen da vorne ist ein buch da ist ein buch da ist eine feuerwand da ist eine feuerwand da ist eine feuerwand da ist eine feuerwand da ist noch eine feuerwand gut laufpads fies ok kleines rätsel alle sind mittelweg ist frei nein der weg ist frei links links mitte mitte das ist sogar papiergeister nicht nur die normalen so aufs papier versionen ok da kommen nicht lang ich muss etwas vorher springen ok hab dich mal kurz hier rüber immer da ein geist ok armer luigi armer luigi auch nicht durch na dann raus hier und das wollen die jetzt noch geistering natürlich das war ja das war ein bisschen zu einfach raus hier noch ein teil oder war es das jetzt endgültig das mario alles gemein es könnte hier fliegen mario geister rum ach du heilige ja geil was weiß nicht wenn ich die alle angehe ich kann ich aber ich kann nicht raus springen das ist schon mal eine sache halt diese komischen posen die mario macht das ist echt eine menge arbeit muss ich mal sagen respekt dazu das alles einzubauen wir werden auf jeden fall auf den weg drüben geführt denkt da denkt mario warum hängt er denn da ab plattform warum hängt denn da ab muss das sein kleiner mann da 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 ist ne war wirklich jetzt die drehfunktion hat er auch noch eingebaut und das ist ja cool da hinten die hätten ruhig dahinter verstecken können dass der folge mein gewesen ich finde das relativ cool das ist klassisch das war gemein mario ich bin so froh dass es dir gut geht luigi und ich hatten das nicht leicht wo luigi ist fragst du tja sehen wir nach unten mhm ja jahoo oh ach ja herrlich also ich mag dieses diese szene war richtig gut gebe ich zu dieses spiel hat seine sternstunden irgendwo aber viel mehr schlechte stunden als gute ach ihr seid so süß ihr seid schon süß jetzt müssen wir nur noch papier mario finden oh nein oh nein oh nein ich kann nicht oh ich kann kein x drücken zum springen was ist das was soll denn das warum man wieder diese funktion raus jetzt ist ein wirklich klassisches mario nuigi ohne x zu springen wow das ist ja natürlich herrlich na dann luigi luigi macht wieder probleme beim 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 springen ja was was liest du luigi ah Mario, ganz hinten. Der läuft da ganz geschild einfach rum. Auch nicht schlecht. Ähm. Den scheint es nicht ganz zu stören. Finde ich interessant. Aber bis wir da sind, müssen wir am bisschen was rumlaufen. Und wir können nicht sprinten. Und wir müssen Geister bekämpfen. Ja, herrlich. Au. Au. Haha, hab euch. Also wir müssen jetzt so Zweitgeister bekämpfen. Das kann ja echt was werden. Hm. Okay. Gut. Das hätten wir schon mal. Bomben-Derby klingt gut. Können wir unseren Hammer nutzen? Ich bin mal gespannt, wie weit wir hier ähm, noch laufen müssen. Und wie viele Gegner wir hier treffen werden. Ah, ist dann, ähm, eher miserabel am Ende. Gut. Ähm. Brostblume. Da haben wir den einen Bude auf der unteren Seite steht weg. Und Bot-Mashing. Aber es sieht so schön aus, wenn die da rumfliegen. Die Bälle. Durch die Luft. Ui. Ach, da war noch einer hinter. Ah. Okay. Ah. Okay. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ihr seid gemein. Ah. Ihr seid wirklich fies. Oh, das ist ein wirklich kleiner Kreis. Äh. Ein kleiner Kreis zum Buhu. Höh. 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 Na dann. Eine Bombe in euer Gesicht bringt mir ganz viele Erfahrungen. Bumm. Bleibt noch einer. Er ist weg. Ey, das kriegen wir noch schönes. Ein Amiibo Level 2 Karte. Oh. Ausweichend für Fortgeschrittene. Aha. Und ein Level Up für Luigi. Level 23. Massiv unterlevelt. Passt trotzdem recht gut. Vier Level brauchen wir noch für den neuen Rang. Hm. Das sind ein paar Level, die wir machen müssen, tatsächlich. Ein paar. So, da drüben kommen wir nicht durch. Hm. Ab hier war auch wirklich so ein Gebäude steht. So eine Mansion. Das wäre echt interessant. So wirklich Luigi's Mansion mäßig. Fände ich nämlich ziemlich cool. Okay, ich denke wir dürfen nicht geradeaus. So, wir dürfen geradeaus. Hm. Was ist hier unten? Hallo? Ah, eine Abkürzung zurück. Okay. Wohin führten die? Die führten ins erste Gebiet zurück. Ah, okay. Wir können natürlich jetzt Paper Mario direkt holen. Der restige Weg, den wir gehen können, auf der Karte nach rechts hin, der führt zurück Richtung Spiegelbildberg. und da ist noch ein fettes Gebiet, wahrscheinlich in der Mitte. Aber keine Röhre, nehme ich mal an. Und da vor Paper Mario direkt noch ein Dingens ist, ein ähm, Lebenwiederherrschungsbereich, können wir vorstellen, dass dann ein Bosskampf auf uns wartet jetzt. Hehe. Aber das wäre ein bisschen früh. Also selbst Paper Jam wäre das echt ein bisschen früh. Mit einem neuen Bosskampf schon. Wir haben doch erst den anderen vorher gehabt. Es sei denn, es ist ein Mario-Luigi-Only-Bosskampf. Das wäre cool. Okay, ich sehe schon. Hey, Paper Mario. Hi. Awww. Awww. Ehh. Ha. Ha. Hehe. Hmm. Alles klar. Badam, badam, bam. Badadam, badam, bam. Hehehehehe. Oh nein, wir verwandeln sich in alle möglichen Gegner. Oh nein, oh nein, oh nein. Ein Mario-Luigi-Oni-Boss-Kampf gegen... ...diesen verkackten Geist. Ah! Oh man. Das könnte interessant werden. Okay. Timing. Haha. Hä? Ey, lass ihn in Ruhe. Was, du redest? Seit wann redest du? Wieso redest du? Ah. Seht mal, wen ich hier habe. Der kleine Racker ist ein Freund von euch, stimmt's? Nun, wenn euch das ja noch ein Kumpum liegt, stellt ihr die Angriffe besser ein. Und glaub bloß, ich könnte dafür meinen kleinen Schergen angreifen. Wir wollen doch nicht, dass ihr eure Kupanen fallen lässt. Verstanden. Du kannst dich auch mal kreuzweiß, weißt du das? Punkt eins. Erfahrungspunkte. Weiß Kampf, wir wollen die Erfahrungspunkte reinfragen, weil wir das mal verkackt haben bei Bowser Junior. Von Bowser Junior. Punkt zwei. Flatterkopter auf den Geister hin. Das wird ziemlich schmerzhaft werden für den Kleinen. Da hinten. So. Höre, Mario, das aus. Ey, er ist nicht mal in der Luft der Gegner. Guck mal an. Er ist aber kein Fake, oder? Es ist der echte. Okay. Na dann werden wir machen, was wir können. Punkt eins, wir werden die Münzen mal umdrehen. Die brauchen wir gerade nicht. Und dann, ähm, Bomben-Derby. Oder noch er geht ab Schuss. Raketenabschuss. Also, König Puhu hat einige nervige Fähigkeiten. Ich hoffe, er ist nicht eben nun gegen Sprünge. Doch, er ist im Mund gegen Sprünge. Au, aua. Okay. Oh, oh, was? Na, das ist mal interessant. Oh, Mist. Hör auf. Nein. Oh, hab ich hier reingeworfen. Auch nicht schlecht. Oh. Ups. Also, können wir das abwehren. Das ist schon mal gut. Wir brauchen Kopien. Ganz dringend. Okay. 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 ich leider verloren ist okay wir haben es gut hingekriegt muschelbohr macht trotzdem schaden trotz der krone das können wir sie treffen wenn das geht durch die krone durch und die kann mir nix macht euch also viel schaden mehr aber die multi jetzt die macht gut roter panzer will nicht treffen oder wenig schaden machen bomben derby klingt gut gespannt wie viel lebende hat insgesamt ich kann mir nicht vorstellen dass er zu viel leben hat ohne springen macht es nämlich echt saumäßigkeit sie gehen zu kämpfen aber eine menge abwehr ok leute morgen Mist Aua sack aber nicht Mario Paper Mario einmal ein warm up Dankeschön gut was war jetzt nächstes das ding okay wo kommt er an bei luigi einmal getroffen mario betroffen aber bei luigi einmal getroffen post okay 15% mehr erfahrungsmutter den rest nehmen wir um vielleicht ein bisschen mehr raus zack so brau attacke brau blume warte mal weg der 29 29 wirklich okay sagt er bringt uns nichts können wir keinen schaden machen gegen oder wobei doch wir können den theoretisch schaden machen theoretisch ich weiß das funktioniert ist er direkt kein schuh dinge sondern wir katapultieren da unten mit einem fetten drehangriff könnt also theoretisch wo sie weit oben können also theoretisch reichen ja das funktioniert gut da hast du schon mal etwas okay er lädt sie wieder auf kann man angreifen mit dem umrang dann werde ich den mund zielen hab dich er kassiert nicht ganz so viel schaden nicht wie die browser junior die haben ja massiv passiert naja ist ein bisschen anders noch mehr erfahrungspunkte jawohl nehme ich doch gerne mit bomben derby mehr explosionen ganz viele explosionen finde ich super oh yeah gut 90 schaden aber zusätzlich machen wenn wir es wollten ich spreche mir auf jeden fall auf falls der gegner noch einspawnt weitere geisterte wir umhauen müssten jetzt aber lohnt es erstmal einen trio drachen zu machen oder schuriken wir machen trio drachen hat sie bisher immer bewährt und wer ist auch diesmal lauf du sack wow das war eine menge das war eine menge tempo hinter und katapurum 27 plus 131 so wie es aussah geister nein meine kopien sind weg ihr säcke das war nicht nett gut alle weg bringt mir ihn wieder au au okay unten unten oben unten okay das ist mies ah das war ja sehr nett wir okay das ist so der Hammer okay einmal zweimal dreimal viermal und der letzte ist auch weg gut oh oh okay 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 großes problem müssen mit louis wir müssen die wiederbeleben das ist gerade höchste priorität weil beim buch sind mehrere übereinander gesteckt die kriegen wir gleich weg zumindest nicht so auf die art und weise das heißt wir muschelbohrer müssen wir machen um die weg zu hauen mehrere von denen ja treffer leben da noch welche oder sind alle weg er haut ab ha auch nicht schlecht einmal zweimal dreimal viermal fünfmal okay gut alle ausgewichen super kaum ist da einmal getroffen worden von dem mist passt aber komm wieder ran da schuft ich gehe mit meinem kleinen freund zurück au au das war ziemlich doof wir nur haben wir schon mal den buch um gut mit dem aus dem weg können mario jetzt wiederbeleben mit peppe mario hoffentlich Oder auch nicht. Okay. Oh, der variiert seine Geschwindigkeit jetzt massiv. Nicht gut. Oh, natürlich. Ich muss mich eigentlich fokussieren auf die ganzen Puro, die vorne rumfliegen. Die abzuwehren, bevor dann gleich sein Angriff fläht. Ah, hab schon getroffen. Super. Und ich muss Mario wieder beleben, bevor das sie umbringt. So. Wir brauchen erstmal Kopien. Ganz viele. Klar. Luigi wird wieder überleben. Schade um die ganzen DX-Pilze eigentlich. Wir müssen definitiv Pilze einkaufen. Dann sollte ich mir eigentlich auch sparen. Oben. Oben. Unten. Unten. Oben. Okay. Okay, das war's. Mit meinem Angriff. Gut. Die Karte will ich mir umdrehen. Die Karten spare ich mir auf. Wir werden aktivieren unser Bomben-Derby. Und ganz viele Punkte machen, weil wir das können. Und wir brauchen Sternpunkte. Was haben wir jetzt? Fünf. Klar, Bonus. Einfach wieder groß. Ist okay. Oh, wow. Voll daneben. Hab dich. Gut. 50 Bonus-Schaden. Ich glaub nicht, dass wir den jetzt in der Runde schaffen werden. Nächste Runde vielleicht. Das heißt, wir werden hier. Die Karte mal umdrehen. Ähm. Wir müssten mal schauen. Wer ich viel Schaden machen? Oder will ich es überleben? Und versuchen sogar, die entdoppelten Erfahrungspunkte zu bekommen. Wir nehmen doppelten Erfahrungspunkte mit, wenn es geht. Wir nehmen jetzt die volle Punktzahl an... Paper-Kopie.